Alter, jetzt muss hier wieder so ein Spastika ankommen, ne? So, halt du dich da mal schön raus. Ja, gut. Lief jetzt nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hab. Na. Gut, das bringt schon mal gar nichts. Ach, nö. Geh da sofort runter, kommt gleich. Ich höre es schon kommen. Ich höre es kommen, ja? Das höre ich. So. Hopp. Und das schaffe ich hier sogar, cool. Da bin ich hier an der richtigen Stelle. So, wenn wir hier oben sind, können wir auch direkt mal synchronisieren, würde ich sagen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und dann, ja, zerstören wir mal den Turm, ne? Bäm, bäm, bäm. Juhu. 1.000 hat das mal wieder gebracht. Das freut mich doch recht sehr. So, für 900 renovieren. Klar machen wir das. Da kann ich mir dann gleich Munition kaufen. Ein bisschen was. Waffen. Römisches Langschwert. Hätte ein mehr Tempo und ein mehr Schutz. Gibt es nichts Neues? Ja, das ist doch mal ein Preis. Vielleicht ist es auch ein Fehler, die jetzt alle zu verkaufen, aber das werde ich dann später gewahr. So, den Rest verkaufe ich anderweitig. Ja, da war aber noch was anderes, ne? Hier. Ja, winke, winke. Tabi, bye, bye. Geht doch. Muniziane. Alter, tausend. Alter, wie teuer. Rufmesser genauso. Uh, das geht ins Geld. Sehr gerne. Behehrt mich bald wieder. So, wie teuer ist das denn? Ach so, Fraktion. Ne, wollen wir nicht im Moment. Noch nicht. Damit habe ich irgendwie schon fast gerechnet. Wie spät ist es denn überhaupt? Ach, ich habe noch massig Zeit. Noch massig Zeit. Und wie ich sehe. Pyramidia. Oh mein Gott! 28.400. Ne, das ist mir ein klein Tick zu teuer. Ja, ich gehe stattdessen mal da unten rein und hole mir den dritten Schlüssel. Dann haben wir schon die Hälfte. Ja, ich überspringe das wieder bis gleich. So. Oh. Ah. Nett, deine Bekanntschaft zu machen. Ähm. Ja, innerhalb von acht Minuten. Ja, kannst mir mal die Eier knutschen. Es sei denn, es sei denn, es ist hier jetzt einfach nur durchlaufen. Das wäre natürlich optimal. Umoptimal. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ähm. Okay, ich dachte hier wäre jemand Da Yippie Komme ich nicht von hier? Alter, hier kann man sich aber echt mal leicht verlaufen Wird natürlich sofort geplündert hier Hier scheine ich falsch zu sein Und woraus kam ich? Nicht von hier, das ist schon mal gut Oha Wow Sieht ja auch sehr sicher hier alles aus Und wie er sich da durchschwingt gerade Mache ich jetzt natürlich ein bisschen auf Zeit Weil auch wenn ich Bezweifle, dass ich es hinbekomme Will ich es natürlich schaffen Okay Genau Ist einfach weg Okay, ich scheine auf dem richtigen Weg zu sein Ups Zumindest sagt mir das hier alles noch gar nichts Okay War das gerade leck oder Ne Der wollte da einfach nur nicht hoch Hier rüber muss ich Ich muss gar nicht Glaube ich zumindest Ob Ich würde los hoffen, dass ich hier richtig bin Und so scheint es Gut Gut, gut Sieht ja Klasse aus Und Müssen wir da runter Oder bricht das gleich von selbst ab? Oh, das ist natürlich auch eine geile Sicht So Ja, das war natürlich doof gelaufen Hoffentlich Bitte nicht Bitte nicht Vom Anfang an Ey Bitte nicht Ey Das wäre ja richtig Arschig Richtig Richtig Arschig Wäre das Huh, ein Glück Oh Oh Alter Spiele Diese So Diese Verkackte Windows-1-Rast-Funktion Ich könnte scheißen So stinkig bin ich gerade Ein Glück Ja Klar Halt dich nicht fest Ezio Ein Glück muss ich nicht noch mal von vorne anfangen Wegen dem Scheiß jetzt Ey Zum Glück ist das wenigstens da Boah Ey Sowas regt mich immer auf Ja Ja geht doch Geht doch Geht doch Okay Weiter geht's Aufnahme läuft gut Nicht, dass ich das vergesse Ich hätte da glaube ich eben links Ja Und 138 Joa Wenn wir schon hier sind Oh 2500 Haben wir gerade ganz genau So Hier lang Eine Borgia-Flacke Darf ich natürlich Nicht hier liegen lassen Hängen lassen Nein Ezio Du sollst da rüber springen Dankeschön Willst du mich irgendwie aggressiv machen Du kleiner Pisser Du bist nämlich auf dem besten Weg Ja Spring gegen den Pfeiler Ja Komm Verarschen kann ich mich alleine Ezio Nach Nach oben Alter Wild Boah Das ist doch wohl ein Witz hier Schwingen Schwingen Und Zack Jawohl Jetzt hab ich's aber Und so viel Zeit muss sein So Hier lang Hier lang Hier lang Rechtsrum Und die Kiste sich schnappen Und dann Geht's weiter in Richtung Ziel Vielleicht schaffe ich's ja noch in 8 Minuten Seide Uh Das muss ich glaube ich Beim Schneider verkaufen Dann gibt's da Ordentlich Geld für Oder vielleicht auch beim Künstler Kann ja auch sein Nice Oh mein Gott In 8 Minuten Was Leckt mich Oh Die plündern das Ich suche die Die den Romulus Kult anführen Oh Wie die kleinen Pisser sich gleich verziehen Okay 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 Nein, Ezio Wieso? Uiuiuiui, okay Jetzt heißt es nochmal klettern Ja, noch ein bisschen Na, also Alter, ja, super Diese verkackte Kameraeinstellung Was soll denn die Kacke? Das stinkt doch Stinkt total Oh, ja, klar, schon wieder Dass die das immer von selbst einstellen Das ist doch behindert Ganz ehrlich, so an speziellen Stellen, wo man nicht klettern muss Okay Aber die können das doch nicht einfach so machen Und dann ändert sich auch noch die Steuerung Und dann komme ich gar nicht mehr zurecht Ja, ich bin stinkig Zurecht Wie ich finde Hopp Guck, ich kann das nicht mal umstellen so richtig Jetzt erst Oh, welch ein Glück Haben wir einen Checkpoint Perfekt Ein Rückweg, wenn ich falle Joa, so viel zu der Zeit Kann ich hier vielleicht Ne, schade Das Ding kippt gleich um, hab ich so das Gefühl Das Ding kippt gleich um, hab ich so das Gefühl Das Ding kippt gleich um, hab ich so das Gefühl Das Ding kippt gleich um, hab ich so das Gefühl Vielen Dank.